Hallo, ich bin Fabian Grenzer von SupportNet. Es geht um die zweite Runde unseres Adventsgewinnspiels. Wir werden jetzt gleich die Gewinne auswürfeln. Und es geht hier um diese Microsoft Webcam und diesen schönen USB-Stick. Den haben wir von Get Digital zur Verfügung bekommen und die Kamera von Microsoft, wo wir uns herzlich dafür bedanken. Jetzt viel Spaß bei der Ausspielung und Glückwunsch an die Gewinner. So, wir würfeln mal wieder den Gewinner unseres Adventsgewinnspiels aus. Erst den Tag und dann die Kommentarnummer. Der Tag wäre der 11. und die Kommentarnummer 4. Wir würfeln jetzt den ersten Gewinner des zweiten Adventsgewinnspiels aus. Das ist wieder der 11. Tag und der 11. Kommentar. der 10. Tag und die Niederschaftsbewenke. Der 10. Tag und der 11. Tag und der 11. Tag und der 11. Tag und der 12. Tag.